Musik Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Origins Juhu, wir spielen heute mit dem Kleinen hier Mit dem komischen Rayman Verschnitt Opa, oh, Opa haut ab So, wir machen weiter Wir haben ja lange nicht mehr gespielt Und jetzt wird da Zeit, dass wir hier mal weitermachen Und ab dafür Ja, hier gibt es noch ein bisschen was zu tun Ah, 65 brauchen wir da, ja okay Schneepflug Ich bin gespannt, Schneepflug Das kann Oh, oh Ähm, ja Haha, die Dose bleibt da oben Cool Natürlich gucken, dass wir hier alles, äh Mitnehmen Ja, das hat doch, hat doch mal verhältnismäßig Gut Okay, ähm Ja Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay Na ja Ganz schön heiß hier unten Aber nette Musik, ne La, 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 la Eie Ja, ja, jetzt wo wir halt die Möglichkeit haben, hier zu fliegen Äh Das macht das Ganze ein bisschen einfacher Da kommt man doch bestimmt hoch Hehehe Juhu Lass mich in Ruhe Nein, lass mich in Ruhe Ne, Papi ist nicht da Ja, lass das mal Schön sein hier so So Juhu Check it out Äh Moment, da muss ich mal gucken Achso Jetzt wird das ein bisschen schattig hier, ja Ah, verdammt Ah Ah Komm her! Ah, 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 ah! Komm her! Kabongah! Ah, Alter! Ah, Gott! Ja, ich bin ein bisschen ruhiger. Ich finde die Atmos geil. Ach, die Lache, ne? Die Lache hat doch was. Zack! Wohoho! Ei, 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 ei! Zack, nehm' mal mit. Ah, ich hab was gefunden! Äh, gefunden! Äh. What? Ach, das ist ja schon, äh, nice. Nein, nein, nein! Hahaha! 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 Warum macht man das denn? Ja! 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 Freunde, Freunde, Freunde. So, erstmal der. Dann die. Und jetzt das. Na, geht doch! ich glaube aber wir haben irgendwas vergessen bin ich mir sicher egal das ding ist auf jeden fall so rander ui ei 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 ich muss aufpassen wenn er spuckt alter wieder zu wenig geholt definitiv was warum ach so dass es ein stachel dinge jetzt habe ich das verstanden das sollte ich nicht tun das sollte ich nicht tun alter da muss er echt aufpassen hat jemand von euch tatsächlich mal durchgespielt also dass er sagen kann hey ich kenne das ich weiß wie du dich fühlst würde mich mal interessieren fände ich sehr interessant mal zu wissen weil ich mag ich mag jump and runs und rayman gehört definitiv dazu wie mache ich das denn jetzt am besten jetzt ist der da unten so klein und ich sehe ihn nicht ah ja damit wäre das erledigt und das level beendet tatsächlich ne ja wir haben einen vergessen wie immer ach so ein cheat 241 da holen wir nicht viel mit da holen wir fast gar nichts mit also es wird von welt zu welt wird es natürlich schwieriger aber wie gesagt ich will ja auch nicht die 100 prozent hier holen wir machen weiter zurück zur lichtung der träume ich natürlich so weitermache dann kommen wir nie auf die 65 ah chica hola ja und eine ankegel flicksusterei ja machen wir gut gemacht du hast genug elektron gerettet um den pfad zu reparieren ach so na okay nochmal komm alle mitnehmen so ne du spuckst nicht lass das sein du hau ab ey so aber ich glaube ich habe nicht genug münzen geholt äh lums münzen lums mein gott ne 200 wären es gewesen und wir haben aber 175 komm schon ja genau 175 ja ok dann haben wir die 3 auf jeden fall voll wir haben zwar die medaille nicht aber egal so ein level machen wir noch auch wenn ich mich hier jetzt angestellt habe wie ein lauch zwei level ist ein bisschen wenig und das eine war ja noch nicht mal vollwertig weiß ich ach nö das jetzt geht das wieder los ey das aua u Ja, Mann. Shit, 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 aber... So kann man das jetzt natürlich machen, ne? Den habe ich jetzt stehen lassen, das war ne blöde Idee. Ach, Mann, no! Oh, now you got the Mann special. Woah, wepa! Alter, das ist... Das Ding hat es in sich, ne? Oh, oh. Wir wissen alle, was jetzt gleich kommt. Man will gar nicht so viel sprechen, die Musik ist einfach so packend. Und? Mmh... Alle rein, alle rein. Heizdrähte? Wow, 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 wow. Lass das sein. Oh, Alter. Oh. What? Was geht denn hier ab? Alter. Es ist so episch gemacht, ne? Ohne Witz, es ist so episch. Ehh. Frisst das? Wie, mehr macht der nicht? Achso, okay. Ja, dann. Oh, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Oder bin ich durch? Hab ich geschafft? Ah. Nee. Nee, nee, da kommt noch was. War klar. Lelelelele. What? Ähm. Ja, Boss-Time, Freunde. Okay, da darf ich nicht rankommen. Alter. Äh. Alter, lass das sein. 295. Äh, pass auf, 300, ey. Wenn's jetzt 300 sind, ne? Das kann aber nicht sein. Das sind bestimmt mehr. 350. Ja. Oh, toll. Und bei 300 hätt's die zweite... Oh, Mann. Okay, das ärgert mich. Aber... Lass ihn mal so stehen. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern. Hm. Hm. Ja. Eine Figur ist freigeschaltet. Ja. Super. Ha. Wir gucken, äh, beim nächsten Mal, was das für eine Figur ist. Und, äh, ja. Dann sehen wir uns wieder. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Abo. Like. Daumen. Alles, was ihr da lassen möchtet, könnt ihr da lassen. Tööööö!